Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu autorisieren. Heute bringen wir Ihnen Fansbrechen in Trennen aus. Jürgen Droz wurde die Trauge nachtlich überbracht. Sänger Jürgen Droz hat gerade einen Schlaganfall erlitten und wird in kirchlichem Zustand in der Notaufnahme behandelt. Die Situation war überhaupt nicht gut, als die Ärzte seiner Familie mit der Trauge nachtlich informierten, dass er sehr spät in die Notaufnahme gebracht wurde. Jürgen Droz hat einen schweren Hirnscherten erlitten und kann sich nicht erholen. Wenn die Operation erfolgreich ist und das Bewusstsein wieder erlangt, wird es auch viele schwere Komplikationen geben. Eines ist sicher, Jürgen Droz wird nicht mehr auf die Bühne zurückkehren können. Wenn er diese Phase übersteht, wird es ihm auch unmöglich sein, wie gewohnt zu funktionieren. Jürgen Droz kann mit vielen hohen Mündlichkeiten konfrontiert sein, wie zum Beispiel teilweise oder vollständige Lärmung, während tötig der Kommunikation, Gedächtnis, Verlust oder Unfälligkeit, das Bewusstsein wieder zu erlangen. Das ist ein riesiger Schock für die Familie, Jürgen Droz und auch für die Fans, da alles so ohne Warte passierte, dass es nicht vorsehbar war. Aber an diesem Punkt wird es obeste Priorität haben, dass Jürgen Droz das Bewusstsein überwinden und wieder erlangen kann, obwohl er mit vielen Komplikationen konfrontiert sein kann. Aber wenn er das Bewusstsein wieder erlangen kann, ist es immer noch das Wichtigste. Es war nicht mehr unmöglich, den musikalischen Weg fortzusetzen, aber wenn es möglich ist, aufzuwachen und einen Teil wieder zu erlangen, wird es dem Publikum helfen, etwas erleichtert zu sein. Außerdem wird Jürgen Droz mehr Zeit mit Familien und Lieben auf dieser Welt verbringen können. Es ist nicht perfekt, aber ans Gesicht der aktuellen Situation definitiv eines der besten Szenarien. Es ist schade, dass dem männlichen Sänger Schlimmes passiert ist, wenn Jürgen Droz durch seine großartigen Verdienste um die Musikbranche viele gute Werte für das Leben schafft. Er verdient absolut ein besseres Leben, als sich zu einem düsseleren Ende stehen zu müssen. Hoffentlich verläuft die Operation von Jürgen Droz gut und es können Effekte eintreten, die ihm einen Licht geben können. Alle beten auch zusammen, dass das besser passieren kann, um diesem Mann zu helfen, diese schwierige Tortur zu überstehen. Der nächste Newsletter wird das Publikum über den Gesundheitszustand von Jürgen Droz informieren. Bleiben sie also dran, um keine Neuigkeiten zu repassen. Tatsächlich sind alle sehr besorgte Reaver und es wird die Grundlage gegeben, dass immer ein Leiden damit verbunden ist, da es wohl eine der größten Erwartungen des Publikums an Droz. So ist es, dass es eine gewisseрезpezOOF gibt. Vielen Dank.